Wir geben deine Mutter in die Fresse, deine Mutter merkt sich keine Kinderpässe Für deine kleine Schwester, die die Schule schwänzt, da sie leider zu viel betreiben muss Gebe ich deiner Mutter beim Sex einen Kuss, ist ihm scheißegal wie ihr mich frontet wegen meinem Video Denn als ich so rappe, geht es nicht um Aussehen Ihr sitzt so fett so auf eurer Couch mit euren Chips, bis ihr so fett und Galileo kommt und sagt Ausstehen, doch ihr könnt nicht ausstehen lassen, denn der Kameran sagt Wir drehen noch ein paar Clips, Bitch Das ist cool, BAM